Hallo, hier wieder bei LP by LP. Willkommen, ach nicht Let's Play, sondern Willkommen zu einem Spiel, das nenne ich GTA Freeplay. Da spiele ich einfach nur so frei von mich hin, GTA. Ja, das war's eigentlich auch. In den letzten Stunden kommt noch ein Let's Play GTA, wo ich jetzt mehrere Missionen mache. Aber da fand ich nicht von neu an, sondern ich hatte schon was gemacht. Versteht sich. Ja, war mir jetzt viel Spaß und bis gleich. Also, aber da rede ich jetzt nicht, also... You wrecked my shit! Oh shit. Oh shit. I don't give a fuck man. Man, I got hitter. Hey Mamacita! FTlla Yeah! Got none in ya face, huh? Ahhh! Oh! Ain't that a surprise, I got a gun. Get that hippocrap out the way, man! Ah! Smooth! Put me in the door! Head to a 10-37 in North Idlewood. Suspect last seen on foot. I'll be right back! 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 Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wut! 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 Out of my way, punk! Oh mein Gott! 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 I tell you what, you know you really can't bear that chick on one of these radio riffs and rockets and rock... You look sweetheart, get over it! You'll see you again, you'll see me again... I was trapped, please come back... You'll see me again, you'll see me again... I was alive, I was alive... You are not motivated when you should be! You're alive... You're alive... I was alive... I was alive... I'll kill this guy down! What the fuck!? Untertitelung des ZDF für funk, 2017